Herzlich Willkommen liebe YouTube-Freunde, heute ein kleiner Film aus Gütesheim. Hier war ich mit meinen Freunden Fabi und Frank, die haben mich mitgenommen. Hier laufen wir gerade rein in die Stadt hingefahren, sind wir mit dem 49 Euro Ticket. Und ja, hat uns viel Freude bereitet. Und hier, wenn ihr in Rüdesheim seid, den Rüdesheimer Café mit Cognac, müsst ihr unbedingt probieren. Habe ich jetzt mal so im Zeitraffer dargestellt. Sonst, ich meine, ich habe das auch nochmal in längerer Form auf YouTube. Dann entdeckte ich hier eine Kunstausstellung, also Wein und Kunst zusammen interpretiert. Fand ich auch mal ganz witzig. Ja, und dann hoffe ich, dass der Film, der Kurzfilm euch gefällt. Und ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen und freue mich über eure Kommentare. Liebe Grüße, die Doris. Ich glaube, ein IA gegen den Herz schlägt jetzt wieder. Toll. Ist immer ein IA? Dr. Und man darf ihn mal 16 Jahre hoch. Ich komme. Ja, ich komme. Das ist kulturell witzig hier. Ach, hier ist das zum Verkosten? Ja. Ich dachte, da ist eine Flasche zum Mitnehmen. Du brauchst doch keinen Blas, du kannst den Munddeck runterhalten. Hallo Pavi. Hallo. Ja, jetzt fahren wir zwei Seilbahnen über die Weinberge in Rüdesheim. Eine fantastische Aussicht auf die Weinberge. Ich hoffe, ich konnte das für euch gut einfangen. Hier sind die wunderschönen Weinreben. Ist das nicht ein traumhafter Blick? Rüdesheim? Ja, ich probiere nicht. Es war immer wieder angenehm. Hier kein concert noch mehr. Das ist fear, die zur Bewohin und Book von ZDF. über diesen wunderschönen panoramablick konnten wir uns gar nicht satt sehen also das war einfach schön und mir macht das auch viel freude immer neue neues zu erkunden für uns beide ein besonderes highlight im sonnenuntergang die seilbahn zurückzufahren also ins tal haben wir sehr genossen pavini und ich so zum zug herzlichen dank fürs zuschauen thank you so much for watching hello from doris